Kino ist sexy und ein knallhartes Business, auf das auch die Kommission in Brüssel ein Auge hat. Binnenmarktkommissar Thierry Breton präsentierte in Cannes den ersten European Media Industry Outlook, in dem Trends in der audiovisuellen Industrie analysiert und bewertet werden. Ich präsentiere den Media Outlook, das ist ein sehr tiefes Arbeit, der natürlich durch unseren Service mit dem gesamten Profession, für die große Tendanzen, die wir kennen und die Konklusion haben. Das ist natürlich die Emergenz der Plattform, wie man sich mit den Plattformen positioniert. Das ist natürlich die Protektion des Drogenintellectuels, die für uns in Europa ist. Und ich glaube, wir sind natürlich in Europa. Das ist das Finanzierung. Wie man noch mehr finanzieht, das wir schon viel machen. Und wir haben natürlich die Intention, dass wir weitergehen. 14 durch europäische Programme geförderte Filme sind in Cannes zu sehen. Vier davon konkurrieren um die Goldene Palme, darunter der Film Kidnapped des Italieners Marco Belloccio. Es ist die wahre Geschichte eines jüdischen Kindes, das im 19. Jahrhundert vom Papst Zwangs getauft wird. Wir sind ein Staat, das wir haben, das wir in Europa haben. Wir sind ein Staat, wir haben, wir die Werte, wir die Werte, wir die Werte, das ist unser Werte. Das ist unser Werte in Europa. Und es ist wahr, dass in diesem Kontext, die Industrie des Audiovisuals, im großen Sinn, haben ein Räumen absolut essentiell in Europa. Wir erinnern uns immer noch immer, das ist das Werte, das ist das Werte, Es ist wichtig, dass unser Wettbewerb intellektuelles Wettbewerb zu protegen. Es ist ein Moment, in dem die Werte unseres Kontinent in der Ukraine schreien. Es ist ein Moment, in dem die Werte unseres Kontinent. Es ist ein Moment, in der Werte unseres Kontinent und technologischen Films, im Palais des Festivals de Cannes. Frédéric Ponsart, Euro News.